Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde und vor allem liebe Gäste von fern und nah. Sie sehen, wir sind ganz überwältigt von dem Andrang, der unsere Erwartungen noch übertrifft. Aber ich vermute, Ihnen geht es genauso wie mir. Ich bin nämlich nach so vielen Jahren Böll Stiftung und nach so vielen Veranstaltungseröffnungen doch richtig begeistert von dem Programm, das wir heute und morgen hier erleben werden. Wir treffen an diesem Wochenende Künstler und Intellektuelle, die bei aller Verschiedenheit eins gemeinsam haben. Sie trennen nicht zwischen Kunst, Journalismus, Wissenschaft und politischer Intervention. Es ist dramaturgisch ein bisschen merkwürdig, dass die Begrüßung und die Eröffnung der Konferenz stattfindet, wenn sie eigentlich schon in vollem Gang ist. Aber ich fand das ganz gut, was wir bisher gesehen haben, weil vor allem der Comic von Magdiel Chaffee und die Videoperformance von Assa Fethiel gezeigt haben, worum es geht. Nämlich nicht um radikal schick und um revolutionäre Posen, sondern um ziemlich dramatische Ereignisse und um die Einmischung in die öffentlichen Angelegenheiten mit unkonventionellen Mitteln. Und viele der Künstlerinnen und Künstler, die hier auftreten, sind mit ihren Aktionen ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Diese Veranstaltung hier in Berlin ist Teil eines trilateralen Projekts. Beteiligt sind noch die Literaturhäuser in Köln und Freiburg. Und dort finden parallel ähnliche Veranstaltungen an diesem Wochenende statt. Wir haben Literaten, Wissenschaftlerinnen, Musiker, Malerinnen, Journalisten und Kuratoren aus dem arabischen Raum und aus der östlichen Hälfte Europas eingeladen, zwei Tage lang über den Widerstand gegen politische und kulturelle Unterdrückung in ihren Ländern zu berichten, mit ihren Mitteln. Ermöglicht wurde dieses Projekt mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes und durch eine engagierte Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Köln und Freiburg, für die ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Insbesondere geht mein Dank an die Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin, die diese Konferenz, diese Veranstaltung aus der Taufe gehoben haben. Vor allem Christian Römer, unseren Kulturreferenten, Andrea Mesch, Monika Steins, das Tagungsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung für diesen logistischen Kraftakt und an den Co-Kurator dieses Projekts Florian Bicke. Wir verknüpfen mit diesem Projekt zwei Schauplätze des Widerstands gegen autoritäre Herrschaft, den Kampf um Demokratie im Osten Europas und den arabischen Frühling, man zögert ein bisschen diesen Begriff noch zu verwenden, der vor gut einem Jahr mit viel Enthusiasmus und Energie losbrach und ich bin gespannt von unseren Gästen aus dem Nahen Osten zu hören, was davon übrig geblieben ist. Schon die osteuropäische Erfahrung hat ja gezeigt, dass der Aufbruch zur Demokratie eine komplizierte und langwierige Reise ist, eher ein Marathonlauf als ein kurzer Sprint. Er verläuft nicht geradeaus, sondern im Zickzack und oft ist der Ausgang nicht klar. Von der Idee des linearen Fortschritts haben wir uns nach den Schrecken des 20. Jahrhunderts sowieso lange verabschiedet. Und wenn wir heute in den Nahen Osten blicken, sehen wir Bilder gewalttätiger Exzesse, aber auch Bilder voller Idealismus und Hoffnung. In Ägypten wie in anderen arabischen Ländern ist der Kampf zwischen autoritären und freiheitlichen Kräften in vollem Gang. Und in Osteuropa erleben wir im Kraftfeld Russlands die Rückkehr zur autoritären Herrschaftsform. Das Schlagwort von der gelenkten Demokratie ist ja nur eine Tarnung für die Kontrolle von Politik und Ökonomie durch neue Machteliten. Aber auch innerhalb der Europäischen Union müssen Freiheit, kulturelle Vielfalt und demokratische Mitbestimmung immer wieder neu erkämpft werden. Ungarn ist dafür nur ein besonders drastisches Beispiel. An diesen Kämpfen sind vielfach auch Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Hier verschwimmt die Grenze zwischen Kunst und Politik. Politische Praxis und Reflexion werden eins. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist seit vielen Jahren in Mittelosteuropa und im Nahen Osten engagiert. Mit einer Vielzahl von Partnerinnen und Partnern vor Ort wollen wir den demokratischen Aufbruch und bürgerschaftliches Engagement stärken. Und dazu gehört auch der Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern. Wir wollen Ihnen das Wort geben und so erfahren, was die Menschen in ihren Ländern bewegt. Wieder die Müdigkeit. Der Titel dieses Projekts nimmt die These der Müdigkeitsgesellschaft auf, die der Philosoph Byung-Chul Han, der in Karlsruhe an der Universität lehrt, dem Westen anheftet. Er bezeichnet damit die Tendenzen von Stagnation und Ermattung, von denen Europa befallen ist. Zukunftspessimismus, Abstottung nach außen, Deindustrialisierung, wachsende öffentliche Verschuldung. Zu diesem Symptom der Müdigkeit gehört auch, dass die europäische Politik vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Sie erscheint kraftlos und unengagiert gegenüber den Umbrüchen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wo bleibt die ausgestreckte Hand Europas gegenüber den arabischen Gesellschaften? Und was ist aus dem Traum vom gemeinsamen europäischen Haus geworden, das vom Atlantik bis zum Kaukasus reicht? Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass wir uns nur die Geschichten von Widerstand und Aufbruch aus unserer Nachbarschaft anhören müssten, um den Geist der Veränderung auch im eigenen Land zu entfachen. Dazu sind die Verhältnisse zu verschieden. Aber vielleicht springt doch einiges von den Erfahrungen dieser Menschen über, von ihrer Haltung des aufrechten Gangs und von ihrem beharrlichen Engagement, das nicht nach schnellem Erfolg fragt. Auf jeden Fall wünsche ich uns allen einen aufgeweckten Austausch im Haus der Böll-Stiftung. Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen und unseren Gästen. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich darf nun das Ensemble Oliven ankündigen, das uns mit einem musikalischen Intermezzo hier begrüßen wird. Herzlichen Dank, faire Aufmerksamkeit. Ja, wir möchten Sie ebenfalls als Ensemble Oliven begrüßen. Zu dieser spannenden Veranstaltung werden wir auch einige musikalische Pointen setzen. Und zwar beschäftigt das Ensemble Oliven sich mit der orientalischen und okzidentalen Kultur. Und Sie hören zuerst einen Titel, der nennt sich Forelle Hikimolu. Es ist eine Mischung von Schubert's bekanntem Lied, vermischt mit dem Schwarzmeer-Volkslied Hikimolu. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.